Der hört sich böse an. Ach, ist nur ein Affe. Oh, jetzt hab ich's auch noch mit Wölfen zu tun. Oh, das ist gemein. Ich will aber keine Wölfe töten. Kann ich die... Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Muss ich erst die Kleinen... Muss ich erst die Wölfe hauen? Speed up. Dynamite. Deluxe. Komm her. Warum kann ich die Waffe nicht wechseln jetzt? Ich kann die Waffe erst wechseln, wenn das Dynamite explodiert ist. Recovery. Das ist all I need. Scheiße, das Dynamite ist... Ah, 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 ah. Ah, fuck. Ich glaub, ich muss ihn mit dem Dynamite erwischen, wenn ich das in der Zeit schaffen will. Oder? Oh, Offensiv-Upgrade. Das könnte helfen. Aber erstmal brauche ich Recovery hier. Oh, fuck. Ein bisschen schlank. Ich brauche hier Power. Nein! Ah, gut. Speed verloren. Gut, das ist... Auch scheiße, aber nicht so scheiße. Yes! Das geht ab. Oh, Zombies. Mit Kettensägen. Kettensägen-Zombies. What the heck is going on? No! Fuck! Ja, ich weiß. Ach, ich drück immer Start. Ist alles noch da? Mann, ey! Hör auf! Hab ich grad die Kamera zentriert hinter ihm? Yes! 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 Ich kann ihn zweimal treffen. Ich kann ihn auch auf dem Boden treffen. Naja, das ist gelaufen. Der Soundtrack gefällt mir richtig geil. Also, ist richtig... Richtig gut, finde ich den. Ey, Wolf. Lass das. Was ist eigentlich hier in der Kiste? Ja. Achso, eine Panzerfaust. Ah, die schießt man mit dem. Hä, 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 hä. Muss ich auch mal ja sagen, dass da eine scheiß Panzerfaust drin ist. Oh, heftig. Voll durch die Mangel genommen hat da. Oh. 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 Guck mal, läuft's ein bisschen... Ein bisschen besser. Oh. Toll. Oh. Das ist ein Schwert? Okay. Oh. 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 Ich wollte gerade ansetzen zum Schlag. Ich glaube, da reicht jetzt. Oh Gott. Dann muss ich die Halt in den Rücken schlagen. Und dann muss ich einen mit einem Hammer auf den Kopf geben. Ist dann halt so. So. Ich würde sagen, der Kopf ist Matsch, Kollege.